Das Schwarzwasser. Woher haben Sie es? Es wurde mir anvertraut. Sie können sagen, ein Ritter. Sir Boss de Gaines. Sir Boss wurde seit der Suche nach dem Grah nicht mehr gesehen. Sie sagen, er lebt? In Ostindien? Ich habe nicht gesagt, er lebt, Ritter. Kompanierpatroniker, die ich befürchtet hatte. Einschränklinge, Feuer frei! Wache ausgeschaltet! Passt Sie auf! Sie kommt durch den linken Tunnel! Sie kommen durch den linken Tunnel. Später nicht entachlich! Wo ist sie? Entschuldigung! Okay. Aber es sind noch mehr unterwegs. Einverstanden. Seien Sie bereit. Die Schüsse kommen von dir hin. Wir haben den Röpfung geholfen. Da! Da! Das ist ein Blut der Schüsse! Kompanie-Mann getroffen! Musst nachladen! Das war der letzte. Wir sollten weiter, bevor noch mehr kommen. Gehen Sie voran. Nach Whitechapel geht's hier lang. Lady E. Grain, es scheinen mehrere Personen hier gewesen zu sein. Sir Gellarhead hatte wohl Hilfe. Meldet dem Rat, dass wir seine Spur gefunden haben. Jeder verfügbare Ritter soll nach Whitechapel kommen! Ja, my lady. Gott ist mein Zeuge! Ich werde die Rebellion beenden! Alle Mann! Weg hier! Los! Wir müssen verschwinden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Regierungstruppen Whitechapel stürmen und jeden Mann und jede Frau gefangen nehmen. Nehmt mit, was ihr könnt und geht. Ich muss im Palast noch etwas erledigen. Haben Sie den Verstand verloren? Der Palast ist der letzte Ort, wo man Sie sehen sollte! Ich muss Nicola da rausholen. Das bin ich ihm schuldig. Alistair kennt Sie. Er rechnet damit, dass Sie kommen. Ich weiß. Dann gehen wir gemeinsam. Nein. Diesen Kampf muss ich durchstehen. Allein. Wenn ich morgen noch lebe, werde ich euch finden. So sei es, Ritter. Wissen Sie denn nicht? Ich bin kein Ritter mehr. Ein Ritter sind Sie nicht, Monsieur. Doch sind Sie ein Verräter oder ein Patriot? Wie hätten Sie es denn gern, Marquis? Ich glaube, Sie haben Gründe für das, was Sie tun. Zwei Revolutionen lehrten mich, dass auf beiden Seiten Gefahren lauern. Das vergesse ich nicht, Marquis. Das sollten Sie nicht, Monsieur. Wenn Sie die Sache der Freiheit gefährden, müssen Sie Lafayette zu Ihren Erzfeinden zählen. Adieu, Monsieur. Bis wir uns wiedersehen. Das werden wir, mein Freund.